Spätestens mit Farid, der sich jetzt in diese Sache einmischt bei Shindy, ist jetzt offensichtlich klar, dass Shindy halt einfach gerade zerfleischt wird. Ich glaube, das Schlauste wäre einfach gerade komplett die Füße stillzuhalten. I don't know. Wenn deine Fans sich irgendwann gegen dich selber drehen und sagen, ey, wir fühlen uns verarscht, genau dann ist der Punkt gekommen, wo du halt einfach den Kurs wechseln musst. 1,92 hast du investiert und machst und verkaufst die ganzen Dinger für 15 Euro. Hör mal, da hast du einen Gewinn von 13,08 Euro. Und das rechnest du jetzt mal mal 500. Hast du ganz schnell 6.500 Euro, ein Gewinn in die Tasche. Maximal 2 bis 3 Tage hält das Ding da an. In der Woche hast du alle 3 Feuerzeuge los. Und was passiert dann? Ja geil, jetzt kommt der Winter. Oh, ey, guck mal, geh mal da schnell zu Kick, hol mal da 4,500 Paar Socken. Komm, wir sticken da jetzt mal eine Blume drauf, da machen wir eine Krone, komm, da machen wir eine Pflaume, da machen wir da was. Komm, nimm da die Restbestände von Kick. Aber die haben da so Pakete, 5 Socken für 99 Cent. Da holst du noch diese Drucker, das kenn ich doch, das hab ich doch früher mit Lacoste gemacht, wo ich klein war. Hab mit Lacoste drauf gebügelt, dann war da das Lacoste-Zeichen. Und so macht man das mit den Socken. Was passiert? 29,90 und da ist die Rechnung wieder. Nur hier ist diesmal die Gewinnspanne deutlich höher. Da liegt die Gewinnspanne nämlich bei 28,96 Euro. Wenn ihr das jetzt auch nochmal rechnet, mal 100, 28 mal 100, haben wir mal eben 2800. Machst du da 500 von diesen Packs weg? Ja, da wird das Ganze ganz schnell 5-stellig. Hör mal, warum soll ich denn noch arbeiten? Warum soll ich denn da noch Musik machen? Wofür? Hör mal, die Leute, die kaufen hier die Socken, die kaufen mir hier die Feuerzeuge, die rennen mir hier die Bude ein für die Feuerzeuge, für die Socken. Gut, was mach ich jetzt noch? Ach, hier so ein Pyjama, hab ich ja gesehen. 150 Euro, komm, das nehmen wir da auch da rein. Was kostet hier? Ne, 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 ein Seidentuch. Komm, ja, was kostet das von Versace? 200, 300, komm, weißt du was? Wir machen ein bisschen günstiger als Versace, dass die Leute sich nicht ganz verarscht fühlen. Was sollen wir da drauf tun? Ah, hier die Blume, die hat sich ja schon hier beim Feuerzeug so gut verkauft. Die hat sich auch super verkauft bei den Socken. Komm, die knallen wir da auch da drauf. Die Leute sind verrückt nach der Disney-Rose. Versucht man dann für 150 Euro diese Boxen an die Fans zu bringen? Warum? Die Vollidioten kaufen doch wirklich jede Scheiße. Wie dumm musst du dir heutzutage, wie dumm musst du dir heutzutage vorkommen, wenn du ein Shindy-Fan bist? Das ganze Internet lacht sich kaputt über dich und da kommt noch der Farid von der Seite und fängt jetzt hier auch noch an, Mathematik zu machen über diese verfickten, verkackten Produkte, die du da im Internet machst, Leute. Der schlägt seinen Schreibtisch klein. Spätestens mit Farid, der sich jetzt in diese Sache einmischt bei Shindy, ist jetzt offensichtlich klar, dass Shindy halt einfach gerade zerfleischt wird von mehreren Seiten. Und man muss halt einfach sagen, dass Shindy halt auch einfach die Angriffsfläche dafür bietet. Also ich weiß nicht, wie Shindy das selber sieht, aber wenn er ehrlich zu sich selber ist, dann bietet er halt einfach leider Gottes diese Angriffsfläche. Ich weiß nicht, wie er damit umgehen will. Ich glaube, die Situation für Shindy ist gerade extrem scheiße. Seine musikalische Situation ist ja eh schon kacke, offensichtlich, weil er nicht richtig releasen kann, so wie er sich das vorstellt. Und jetzt wird er halt auch noch moralisch so auseinandergenommen. Und die Kritikpunkte sind halt schon legitim. Ich bin jetzt kein Experte, was diese ganzen Shindy-Produkte anbelangt, aber ich finde allein schon das Feedback von seiner eigenen Community, was die Interviews betrifft und sein Album und die Tour und irgendwelche Boxen und die Inhalte, fühlen sich die Leute offensichtlich verarscht und scheint der Bogen halt einfach überspannt zu sein. Und so schnell kann das halt einfach passieren. Wenn man sich halt so sicher in seiner Position fühlt, so wie das Shindy halt auch lange Zeit, glaube ich, getan hat, so schnell kann der Schuss dann halt nach hinten losgehen. Ich bin echt überfragt, was für Shindy da der Weg raus wäre und ob es da überhaupt einen Weg raus gibt. Ich weiß nicht, was Shindy jetzt in dieser Situation machen kann. Es ist auf jeden Fall eine sehr ausweglose Situation aktuell für Shindy. Ich glaube, das Schlauste wäre einfach gerade komplett die Füße stillzuhalten. I don't know. Was natürlich moralisch auch nicht unbedingt cool wäre, vor allem, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen. Also wirklich, Shindy, musikalisch, der Junge kann was. Er ist ein guter Rapper, er ist ein guter Musiker, aber bitte, hör mir doch auf mit der ganzen Scheiße. Was kostet so ein Seidentuch in der Herstellung? Ein Euro, zwei Euro, drei Euro, vier Euro. Ich bitte euch, Leute. Ist das jemand, der zu seinen Fans korrekt ist? Ist das jemand, der seine Fans zu schätzen weiß? Natürlich nicht, oder? In meiner Blüte, der E-Shop. Hier, die Limited Box, guck mal, Leute, 30 Euro Socken. Hier die Feuerzeuge ausverkauft. Hier das Pyjama-Set. Könnt ihr das tragen? Ich sag mal, wenn die Frau dich irgendwie vom, äh, wenn die sagt, Helma, du musst auf dem Sofa pennen und du keine Deck hast auf dem Sofa. Und klar, Merch ist immer teuer. Man zahlt quasi auch für den Status des Namensgebers, des Künstlers, des Sportlers, des Sängers, des Schauspielers oder was weiß ich, wem das Merch gehört. Das ist schon klar. Ist auch okay. So, wenn ich jetzt zum Beispiel Fan von, von Biggie bin. Klar, zahle ich für ein T-Shirt, was ich ohne seinen Aufdruck oder ohne seinen Logo-Imprint oder sonst irgendwas, wo ich wahrscheinlich nicht mehr als 30 Euro, 35 Euro zahlen würde, dann zahle ich halt dann mehr dafür. Weil ich will halt dieses T-Shirt von Biggie. Schon klar. Und ich finde, da gibt es auch keine, keine rationale Grenzlinie, ab wann etwas zu teuer ist. Ich finde, die Grenzlinie ist einfach, ab dem Zeitpunkt, wo die Leute es ablehnen. Wenn deine Fans sich irgendwann gegen dich selber drehen und sagen, ey, wir fühlen uns verarscht, genau dann ist der Punkt gekommen, wo du halt einfach den Kurs wechseln musst. Und ich glaube, der Punkt ist halt bei Shindy so ein bisschen erreicht. Rational einordnen lässt sich das nicht. Aber offensichtlich gibt es die gleichen Vorwürfe bei Farid gerade nicht, sondern eben bei Shindy. Und es kommt ja nicht von irgendwo her. Da ziehst du dir dieses Pyjama-Set da an. Weißt du, dass du da von deiner Ehefrau verstorben worden bist. Und dann kannst du dir hier dieses Pyjama da auf dem Sofa, sitze dann da, hier, Schatz, komm bitte, es tut mir leid, ich mach das alles wieder gut. Äh, nee, hier kommst du, heute Abend kommst du mir nicht ins Bett. Du pennst heute auf der Couch, du mieser Penner. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Und dann ziehst du dir hier dieses Pyjama-Set an und dann legst du dich da auf die Couch. Aber sonst hat dieses Set hier, also, äh, sagen wir mal so, wenn du irgendwie zu Hause liegst und einen Frauenbesuch kriegst und die Frau sieht dich da in diesem Pyjama-Set, hör mal, da ist sie schneller weg, als du denkst, Junge. Das kann ich dir sagen, Junge. Also wenn da eine Frau kommt und du trägst dieses Pyjama-Set, dann muss sie echt verdammt guten Sinn für Humor haben, dass die, äh, 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 dich ranlässt. Hier da mit den Rosen. Ja, das ist jetzt natürlich humoristisch. Das ist halt einfach Farid sein Humor. Natürlich zieht der das jetzt auch durch den Kakao. Aber so kennt man auch Farid. Das ist halt einfach seine Art und Weise, solche Sachen, äh, zu kommunizieren. So hat Farid das schon immer gemacht. Also wenn du sowas anziehst, ne, da denkt schon die Frau, wenn du da auf die wartest, dass du schon komische sexuelle Neigungen hast, ha, ich hab hier mein Rosenpyjama angezogen. Komm doch rein. Scheiße, ich hab mich echt hier reingesteigert. Der arme Shindy. Aber was soll ich euch sagen, Leute? Das musst du einfach mal raus. Ich fand's auch witzig. Und deswegen, Leute, äh, was soll ich euch da sagen? Lasst euch nicht verarschen. Lasst euch da nicht über den Tisch ziehen. Seine Fans oder sein, sein Idol oder von demjenigen, dem man Fan ist. Man kann den unterstützen. Das muss doch alles im Humanen sein. Kritisieren die Leute den Simon Levi, der arme Kerl. Kritisieren die den als Betrüger. Und solche Leute sind hier große Stars. Wow, und die Leute zahlen da hier noch freiwillig auf seine, äh, Konzerte. Du siehst da mit diesen Sachen aus. Wie der letzte Penner. Wie ein Obdachlose. Und du hast dir für 100 Euro Klamotten gekauft. Stell dir mal vor, du bist ein Kaufhausdetektiv. Und da kommt einer mit diesem Pyjama und diesen Socken in den Laden rein. Dadurch suchst du den direkt. Schon beim Reingehen, bevor der im Laden drin war, wird der doch schon gesucht, ob der geklaut hat. Hammer. Das ist schon bitter für Shindy, dass selbst, äh, Farid jetzt da auch Stellung bezieht. Aber wie gesagt, er ist damit nicht der Einzige. Deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation für Shindy gerade. Wäschst du einmal diesen Pyjama, zwei, dreimal waschen, hör mal, ist das für waschen und das sieht dir echt aus wie der Pyjama von deinem Großvater, den er dir da vererbt hat vor 30, 40 Jahren. Genau diese Farbton wird er haben. Wie der Pyjama von deinem Opa, den er dir vererbt hat vor 30, 40 Jahren, wo der verstorben ist, der arme Mann. Und da ziehst du so eine Scheiße an, wo sich dieser Mann im Grab umdreht und sagt, boah, hätte ich wenigstens für meinen 50 genommen, den ich ihn hinterlassen habe. Weißt du, dass sein Opa im Grab sieht und denkt, ey, boah, mein Neffe ist so dumm, hätte ich wenigstens noch 50 Euro genommen für den Pyjama, den ich ihn hinterlassen habe. Der ist wenigstens gewaschen. Nee, nee, Mama. Kein Bock von dem alten Opa, den Anzug anzuziehen. Stift und Block, danke für deinen Sub. Und dann nimmst du stattdessen dein Taschengeld, sparst es zwei, drei Monate und was machst du? Gehst da in den E-Store, in meiner Blüte E-Store und was machst du? Holst dir diesen Pyjama und diese verfehlten, verdammten Sockenmann. Ich rat's dir doch raus, Alter. Was ist das hier? Wie kann man Geld für solche Socken ausgeben, Alter? Mann, ey. Scheiße, Alter. Vielleicht ist auch Shindy ein bisschen sauer, äh, ist auch Farid ein bisschen sauer, weil Shindy diesen Kommentar mit den Gaming-Stühlen gebracht hat. Ist doch auch so ein Gaming-Stuhl, oder? Oder sehe ich das falsch? Ey, Alter. Scheiß, Alter. Und ich, Vollidiot, sitze hier bei Twitch und sage noch Danke für deinen Sub und lese noch euren Namen vor. Während die anderen W***er, hier, Hendrix, danke für deinen Sub, während die anderen W***er, diese verdammten Pyjamas und Socken euch verkaufen. Ich glaube, ich stick nicht mehr ganz sauber. Jetzt, wer ist der Vollidiot? Ist das der Shindy oder bin ich der Vollidiot? Ich bin der Vollidiot. Ich sitze hier, ich tue... rhetorisch auf jeden Fall schlau von Farid. Jetzt hat er kurz gerantet am Anfang, dann hat er es wieder relativiert, der arme Shindy. Jetzt hat er wieder gegen ihn gerantet, hat ihn als B***er bezeichnet oder der Vollidiot bezeichnet und jetzt tut er es wieder so ein bisschen aushebeln und sagt, ja, wer ist denn jetzt der Vollidiot? Shindy oder ich? Ja, eigentlich bin ja ich der Vollidiot, weil ich mache ja nicht das, was Shindy macht. Aber eigentlich frontet er ja immer noch gegen ihn. Ist auf jeden Fall rhetorisch schlau. Der Farid ist schon ein Fuchs. Der weiß schon ganz genau, was er macht. Deswegen, also wenn ich jetzt Shindys Manager wäre, so rein taktisch gesehen, ich würde Shindy auf jeden Fall dringend davon abraten, irgendwie darauf zu reagieren. Weil in der Situation, in der Lage, wo Shindy auch gerade ist, du kannst nur verlieren, wenn du darauf jetzt eingehst. Und für Farid wäre das ein gefundenes Fressen und er ist halt darin Veteran, was das betrifft. Ich weiß noch ganz genau, damals in dem Beef zwischen Kay und mir, als ich meinen Diss-Track rausgebracht habe, haben ja auch ganz viele Leute sich eingemischt. Und in der Nacht, wo mein Diss-Track gegen Kay rauskam, habe ich gerade Shindy gesagt, ich meinte Kay, mein Beef mit Kay, als mein Antwort-Track an Kay damals rauskam, da hat auch Farid, glaube ich, in der Nacht oder am nächsten Tag auch geschrieben, Jesus ist der erste Rapper, der seine eigene Karriere mit einem Diss-Track selber beendet oder irgend sowas. Und da hat er sich auch positioniert. Also ich weiß nicht, ob er sich auf Kays Seite positioniert hat, aber er hat halt auf jeden Fall so die Situation kommentiert und sich halt so quasi so positioniert auf der Gegenseite, die mich halt als den Verlierer sieht. Ich habe auch damals kurz überlegt, wie soll ich darauf reagieren und habe dann für mich selber entschieden, ich reagiere da gar nicht drauf. Das wäre Selbstmord in der Situation. Ich habe sowieso den Beef mit Kay am Laufen. Hätte ich mich dann da auf noch mehr Grabenkämpfe eingelassen, das wäre zu viel geworden. Das wäre nicht gut ausgegangen für mich und deswegen habe ich das dann nicht mehr kommentiert. Ich denke auch, das war die richtige Entscheidung. Im Nachhinein habe ich dann irgendwann Kontakt mit Farid bekommen und also wir haben uns nie persönlich getroffen, aber haben dann immer wieder geschrieben und Sprachnachrichten ausgewechselt. Und daran habe ich dann auch verstanden, dass er diese Sachen auch immer sportlich sieht und nie so ultra böse meint. Der ist halt einfach wie so ein Battleboxer quasi und der sucht sich halt einfach regelmäßig so Gegner und lässt sich auf so einen Schlagabtausch ein. Aber ich finde in dieser Sache ist Farid halt einfach sehr raffiniert und macht es immer sehr, 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 sehr überlegt. Egal was für ein Image sich Farid aufgezogen hat, aber Farid ist ein richtiger Taktiker. Der ist ein richtiger Fuchs ohne Scheiß. 19,95, drei Nike-Socken oder sogar sechs. Sechs Paar. Leute, sechs Paar Nike-Socken. 19,50. Leute, sechs Paar Nike-Socken. 19,50 Euro. Aktiver Zug. Danke auch dir für deinen Zahn. Sechs Paar Nike-Socken. Leute, was soll ich euch dazu sagen? Leute, was soll ich euch dazu sagen? Ja klar, dass er über solche Dinger rappt. Ist doch ganz klar, dass er sich sowas leisten kann. Wenn er dir Vollidiot diese Feuerzeuge da kaufen. Und dann heißt das wieder, ah Farid, du bist doch nur neidisch. Ja klar bin ich neidisch. Ja 100% bin ich neidisch. Ich hätte auch gerne so einen Vollidioten, der mir so verfickte Scheiß-Feuerzeuge für 15 Euro abkauft als Fan. Welcher Typ hätte nicht so einen Typen gerne als Fan? Oder? Ja da braucht man doch nicht zu arbeiten. Wofür steht ihr den ganzen Tag auf? Ja bist du neidisch. Ja klar bin ich neidisch, Junge. Die ganze Welt ist neidisch da drauf. Hör mal. Wer von euch wäre nicht neidisch da drauf und denkt sich, ey ich geh jeden Tag arbeiten für 1, 5, 2.000 Euro. Hör mal, der Kollege, der macht hier die Feuerzeuge, der macht im Monat 3, 4.000 Euro damit. Mit hier dem Big-Feuerzeug. Komm, drück das da mal schnell drauf. Hier für 50 Euro, 500 Stück. Hör mal, bist du da nicht neidisch? Ja klar bist du neidisch, weil du denkst, ey ich Vollidioten stehe jeden Tag auf, ich geh arbeiten. Der macht hier die Feuerzeuge oder hier, guck mal die Socken. Komm, tu mal da diese Blume da, diese Disney-Blume da, die wir da gemacht haben. Ja normal, oder? Soll ich nicht neidisch sein? Nee ey, voll scheiße. Ja klar. Das ist auch kein Diss an Shindy. Viele, die das lesen, die denken, ah der macht den jetzt fertig. Nee, ich mach den nicht fertig. Ich sag, Hut ab Junge. Hut ab. Ich sag, Shindy, hör mal, weißt du was? Die haben mit Simon Levi die falsche Netflix-Doku gedreht. Die haben sich da vertan. Die richtige Doku muss von Shindy gemacht werden. Auf Netflix. Mit der Box. Mit dem Seidentuch da. Dieses Seidentuch. Das muss da kommen. Scheiße Alter. Jetzt fang ich auch schon hier an, auf Twitch hier die Leute anzugreifen. Alter, scheiße. Hör mal, und da sagt er, ich hab mich von meinem Management getrennt. Oh je. Klar hast du dich von denen getrennt. Die haben dir wahrscheinlich gesagt, ey Shindy, auf mit der Scheiße. Du verbrennst deine Fans. Wie kannst du sowas machen? Ach komm. Ich weiß nicht genau, wer der, wer, ob es einen konkreten Manager von Shindy gibt, aber die Leute, mit denen Shindy in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, ein Teil der Leute, mit denen er in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, lass es mich so sagen. Ich weiß, wer die sind. Und ich sag euch, die haben unter Garantie niemals so etwas gesagt wie, hör auf, du kannst die Leute nicht so verarschen. Absolut nicht. Absolut nicht. Hör mal, was sollst du auch mit so einem Seidentuch? Auch mal eine Frage. Jetzt mal Spaß beiseite, ne? Ist ein geiles Gimmick, so cool, ne? Ich zum Beispiel kaufe Seidentücher, wenn ich so ein Video drehe, ich ziehe gerne Bandannas an. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wofür willst du mit dem Bandanner durch die Straße laufen, oder was? Du kleiner Wig... Die Polizei verhaftet dich. Die sagen zu dir, was läuft hier mit Bandanner rum? Kommen Sie mal bitte mit, zeigen Sie mal bitte Ihren Ausweis. Kommst du da rum hier mit so einem Bandanner rum? Hör mal, was läuft hier mit Bandanner rum? Ich meine, läufst du da mit so einem Bandanner? Ja, bleiben Sie mal kurz stehen. Kannst du mal bitte Ihren Ausweis sehen? Dann machen wir an der Stelle mal Stopp. Ich glaube, zusammenfassend kann man, kann man sagen, Farid hat halt einfach in seiner typischen Art diese Sache jetzt kommentiert. Ich sehe immer so voll die Parallelen in dieser Art und Weise, öffentlich auf provokante Art und Weise, sich einzumischen. Ich sehe da immer voll die Ähnlichkeit zwischen Farid und Fifty voll oft, der das auch immer voll gerne so gemacht hat. Ich glaube, Fifty hat aber voll oft auch Twitter benutzt. Es ist witzig, auf der einen Seite, wie Farid das macht. Es ist auf der anderen Seite auch irgendwie traurig. Auf der einen Seite traurig für Shindy, gleichzeitig bestimmt auch traurig für Leute, die viel Geld ausgeben und dann enttäuscht werden, weil dann plötzlich ein Album auf ewig rausgeschoben wird oder eine Tour dauerhaft rausgeschoben wird. Aber es zeigt halt einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, dass Shindy in einer echt beschissenen Lage gerade zu sein scheint. Hertz und fertig ist es, Aber es ist,